Wenn Editha Schaufler, ich sag mal die Nummer 2 im Lande, die in diesem Jahr, naja Magda, ein wenig angreifen will und wird, wenn sie ihre erste Übung macht. Und sie wird sofort vom Publikum angenommen, die junge Dame vom TV Wattenscheid. Vielen Dank. Und hören Sie auch den Effekt dieser von Lidia Medelanski ausgewählten Musik, da geht sofort das Publikum mit, mit der Berliner Luft und das deutet schon hin, Editha will in diesem Jahr ernst machen, in Berlin, in der Max-Schmeling-Halle.